Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Fit for Future Bewegungspause. Heute möchte ich mit euch ein wenig mal den Kreislauf anheizen. Die erste Übung dafür ist Arm kreisen vorwärts. Wir machen zehn Schläge vorwärts, kurze Pause und dann zehn Schläge rückwärts. Dabei darauf achten, dass ihr auch wieder genug Platz links und rechts habt und einfach mal die Arme nach vorne schrauben. Jawohl, super. Kurze Pause, einmal lockern und dann die Arme nach hinten. Jawohl, super, macht ihr das. Dann wieder kurze Pause, dann gehen wir auf der Matte etwas zurück und machen dann einen Ausfallschritt nach vorne und wechseln dann links und rechts das Bein. Auch wieder zehn Stück. Dabei immer wieder darauf achten, dass ihr wirklich weit genug nach unten geht und schön den Kreislauf an den Schwung bringen. Jawohl, mal rüber macht ihr das. Immer wieder schauen, dass ihr wirklich weit nach unten kommt. Aber achten, dass ihr auch auf, welchen Oberkörper bleibt. Und Pause. Kurz mal lockern, die Beine lockern. Und dann machen wir das Gleiche nochmal. Wieder Ausfallschritt nach vorne und nach unten. Ja, drei Stück schaffen wir noch. Weiter. Und Pause. Einmal kurz durchatmen und dann gehen wir wieder mal in die Tiefkneemolge. Und machen auch wieder zehn Stück und dann wieder Pause. Ab geht's. Eins. Ja, schön nach unten und nach oben. Ja. Sieben. Acht. Und ein noch. Und Pause. Kurz durchatmen und dann machen wir noch einen Durchgang in die Tiefkniebeuge. Ja. Dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Super. Weiter jetzt. Gleich geschafft. Noch drei Stück. Noch zwei. Eins. Super. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Yes. missing. Bis zum nächsten Mal. Und steady, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. Guten värdeut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.